Herzlich Willkommen meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Minecraft. Tja, ich habe jetzt endlich mit einer Höhlen-Playlist angefangen, aber da sind wir noch nicht so richtig weit. Und wir haben schon 61 Eisenerze. Cola haben wir auch schon richtig viel. Ein bisschen was nehmen wir mal mit. Dieses ganze Fleisch, das brauchen wir nicht. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Ich kann mich nur noch hier dran erinnern, genau. Wir machen einfach mal hier ganz kurz dicht. Damit uns hier keiner in die Quere kommt. Ich habe mich gerade dermaßen konzentriert. Ich höre schon wieder... Oh, Mann. Da sind immer solche Nerven-Dinge. Was gut ist, sie haben uns noch nicht gemerkt. Jetzt will ich nochmal Lämpchen. Erstmal hier alles sichern. Gut, hier kommt jetzt wieder so schnell nix hoch. Und dann können wir uns jetzt hier voran arbeiten. Wir brauchen so scheiß Diamanten. Und jetzt haben wir da unten schon dieses komische Zeugs. Was wir brauchen finden. Für unser Portal da. Hier ist schon wieder ein Stollen. Das ist gut. Da findet man ja ab und zu auch mal was. Das ist gut. Nein. Halt. Halt. Alter! So ne Arschliche! So ne Arschliche! So ne Arschliche! Is he got gone? Huh? Come on! ... ... So ne Arschliche! Diamanten! Oh, ich freu mich gerade so. Jetzt darf ich nur nix in die Hose gehen. Da wünsche ich mir Glück. Geil! Bitte nicht, bitte nicht! Sechs Diamanten! Ach, gleich jetzt am Anfang gleich einen Stollen gefunden. Sechs Diamanten. Also, wir haben jetzt schon immer... Das bringen wir jetzt erstmal weg. Wir müssen jetzt erstmal... Nein! 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 Das ist glaube ich gerade nicht gut, was wir hier machen. Aber wir machen ja nie gute Sachen. Ich bin gerade irgendwie so... Voll geflasch. Ich habe jetzt keine Angst vor dem Mond sein. Mir geht es nur darum, wenn ich hier immer gleich Larwons entgegen komme. Oder solche Viecher. Alter! Alles mit dem... Alles mit dem... Ich bin gerade... Das ist so schön. Ich bin gerade ein... Ich bin gerade ein... Ich bin gerade ein... Ich bin gerade ein... Sollte Ich weiß gerade gar nicht mehr, ich bin gerade schon die ganze Zeit im Gelenk, wie viel man Ödi-Zü-Zü-Zü-Zü-Zü-Stein-Brauch-Nummer Oder wie das mal heißt Das ist ein neues Lied Jo, das ist ein neues Lied Ach, wir hatten ja noch Fackeln Okay, das wird jetzt eine lange Tour Und wir haben kein Holz mehr Das ist echt blöd gerade Wir müssen jetzt aber erstmal Uns eine Diamant-Spitzhacke bauen Damit wir das schon mal durch haben Die Diamanten zurück Dann machen wir uns noch eine Spitzhacke Ach, wir können ja da unten Holz abbauen Stimmt ja Dann nehmen wir nochmal ein bisschen Kohle mit Ha, hier sind wir auch nicht schlecht gewesen, aber Da haben wir ja nichts mehr von Ja doch, haben wir schon, aber nichts gebrannt ist Ich bin doch so blöd worden Anstatt wir uns was machen Können wir noch Steine Nein, das wollte ich eigentlich nicht Man kann ja auch eigentlich in der Höhle Überleben Wenn man schlau ist Und nicht auf dem Kopf gefallen ist wie ich So, dann kommen wir ja gleich wieder her Weil ich für dieses Obstitini Ihn eh gleich wieder herbringe Das schleppe ich nicht lange mit mir rum Das sieht man gar nicht, kann das sein? Ich hab's mir nämlich fast gedacht Scheiße Ich muss hier mal ganz kurz etwas abstellen Juhu So Aua Jetzt gucken wir Können wir eigentlich den hier wegnehmen Oh 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 kann ich auch mal rein so der nächste wir sind schon wieder bei 13 Minuten aber das machen wir jetzt noch fertig hier diese Özean oder wie gesagt ich weiß gar nicht mehr wie das ist ich hab auch so lange keinen Mannschaft mehr gespielt das ist eigentlich schon peinlich wir können hier gar nichts platzieren traume ich hier nicht weil ich über die ganze Zeit mal ein Skelett hört Alter 4 haben wir jetzt okay die nächsten drei ringsherum hier links müssten wir jetzt eigentlich abbauen können nein Alter warte mal das ging ja so so 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 neun 10 stück brauchen wir 10 oder 8 wann ich weiß nicht weil wir machen uns einfach 10 wenn gut ist ok 4 stück brauchen wir noch wir müssen jetzt hier gleich dann hoch springen die 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 so dann ja wir haben noch nichts von unserer Spitzehacke verbraten das ist echt geil also Diamanten dass es sich wenigstens richtig noch heutzutage Können wir auch in den nächsten Folgen in Nether gehen. Das wird ja richtig geil in den nächsten Folgen, richtig spannend. Junge, Junge, Junge. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht verbraten dafür, aber gut. Gut, eigentlich hätten wir auch nur eine Goldspitzer gebraucht und ein bisschen Lava aus der Wüste nehmen können, mit Wasser mischen können. Aber wir spielen nicht gerne mit Lava um. Ich habe da so meine Erfahrungen mitgemacht und die möchte ich nicht mehr machen. Na, das geht jetzt schon mal übernehmen, wenn wir nochmal Vollzeit gemacht haben, aus dem Flint und aus dem Stück Eisen glaube ich nur. Ich weiß das ja alles nicht mehr, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. So, das Eisen müsste ja auch mittlerweile ein bisschen fertig sein, dann rüsten wir uns jetzt schon mal und danach gehen wir in den Stollen rein. Ich habe nur ein bisschen Angst wegen unserem Essen. Deswegen laufe ich auch gar nicht. Aber das sollte man so oder so ja nicht groß in der Höhle tun, ne? So. 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 Das da rein. So. Wie weit ist er oben da? Fein. So. Dann. Das traut ich mal so ein bisschen. Zumindest im Sinne von einer Spitzacke. Zacke. So. So. Dann nochmal. Hm. Das kann man auch schon mal nachlegen. So. Dann sind wir jetzt erstmal wieder gerüstet, mehr können wir eh nicht mitnehmen, ne? Holz finden wir da, Kohle finden wir da. Jo. Dann würde ich mal sagen. auf gehts. Schwert macht auch nicht mehr lange mit sich. Alter. Da hinten ist erster Schweinhund, ok. Die. Jetzt haben die die Mannen Spitzhacke mitgenommen. Das ist auch noch ein neues Lied. Das ist auch noch ein neues Lied.